Maria durchlebt im Moment gerade eine sehr schwierige Phase. Sie steht mit ihrem Partner aufgrund familiärer Probleme fast vor einer Trennung. Sie spürt gerade vermehrt Trauer, Wut und ihre eigene Hilflosigkeit. Oft plagen sie Selbstzweifel und sie fühlt sich nicht verstanden. Gefühle, die sie nicht wirklich in ihrem Leben haben will. Die Frage ist nur, wie kann es weitergehen und wie kommt sie da wieder raus? Sie spricht mit ihren Freundinnen darüber und versucht sich Rat einzuholen. Denn immerhin ist sie nicht die Einzige, die solche Probleme hat. Wie sich herausstellt, hat in ihrem Freundeskreis jeder einen anderen Ansatz damit umzugehen. Besonders interessiert sie das, was ihre Freundin Erika erzählt. Sie hat nämlich seit einiger Zeit einen Therapeuten, der ihr mit Porntherapy schnell und nachhaltig geholfen hat, wieder Klarheit in ihre Beziehungsproblematik zu bringen. So gelang es Erika mit gestärktem Selbstvertrauen, ihre dahinterliegende Angst, schwierige Dinge anzusprechen, aufzulösen. Jetzt konnte sie gemeinsam mit ihrem Partner einen neuen Weg finden. Porntherapy, Handflächentherapie, ist die einzige Behandlungsform, die durch sanfte Stimulation an bestimmten Stellen der Handinnenflächen Selbsterfahrungen ermöglicht. Der Klient wird hierbei sprichwörtlich an die Hand genommen, mit dem Ziel, Stressreaktionen im Gehirn zu beruhigen. So besteht die Möglichkeit, belastenden Alltagssituationen wieder lösungsorientiert zu begegnen, anstatt in der Vermeidung stecken zu bleiben. Die Porntherapy wurde vor mehr als 30 Jahren von dem israelischen Professor Dr. Moshe Swong entwickelt. Heute wird die Methode von seinem Nachfolger, dem Schweizer Naturarzt Christian Jäger, im Original offiziell weitergeführt und fachkundig geschult. Neben tausendfach erreichten positiven Ergebnissen, bestätigt außerdem eine klinisch randomisierte Doppelblindstudie die Wirkung der Hand-Gehirn-Verbindung. Auch Maria hat dies nun rasch feststellen dürfen. Endlich fühlt sie sich wieder selbstbewusst, verstanden und wertgeschätzt in ihrer Beziehung. Von Trennung ist keine Rede mehr. Möchtest auch du die schnelle Wirkung der Porntherapy erleben? Dann gehe auf palmtherapy.eu, der einzig offiziellen Webseite, und informiere dich über den richtigen Experten für dein Problem.